Hallo zusammen, mein Name ist Michel Wonken und ich freue mich, Ihnen den neuen Tyros 3 präsentieren zu dürfen. Neben diesem wird es weitere Tyros 3 Videos geben. Hier und heute werden wir aber mal schauen, was der Tyros für Schlager, Volksmusik und deutschen Poprock bietet. Egal ob Sie jetzt zu Hause oder auf der Bühne spielen, gucken Sie mal her, die Entertainer-Kategorie, ein Style anwählen und gespielt wird natürlich mit OTS. Hier hören wir mal den German Rock. Oder auch hier in der Entertainer-Kategorie den Schlagerwalzer. Hört sich so an. Musik Oder hier nochmal ein Schlagerfox. Musik 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 Dieses Keyboard verfügt über eine brandneue Tonerzeugung mit weiteren aufregenden Klangfarben. Hier zum Beispiel eine der neuen Klarinetten, die ich hier wunderbar mit diesem Superarticulation 2-Taste beeinflussen kann. Hören wir da mal rein. Musik Oder hier, das Intro 3. Das ist jetzt die Zitter-Volka. Und jetzt drücke ich OTS 1, da spielt dann auch die neue Zitter. Musik Nun schließen Sie mal Ihre Augen und genießen Sie das neue Concert Grand Piano. Musik Oder spüren Sie lieber ein bisschen Orgelmusik? Natürlich! Geht! Hier, Augenfluss und mit den Sliders habe ich direkt einen Zugriff. Musik Aber der Tyros 3 kann so viel mehr. Hier zum Beispiel mal ein paar ganz andere Styles. Musik Oder spüren Sie das. Oder spüren Sie sagen. Oder spüren Sie das. Musik Oder spüren Sie das. Musik Musik All das bietet der TIROS 3 und natürlich noch viel, viel mehr. Schauen Sie sich doch gerne weitere TIROS 3-Filme mit meinem Kollegen Martin Harris an, in denen er den TIROS 3 und weitere seine erstaunlichen Funktionen präsentiert. Wenn Sie Interesse haben, mehr über den TIROS 3 zu erfahren, dann besuchen Sie einfach Ihren Fachhändler vor Ort oder besuchen Sie unsere Websites unter www.yamaha.com und www.music-tyros.com. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß dabei. Tschüss und bis bald. Ich wünsche Ihnen die TIROS 3 und TIROS 3 und TIROS 3 und TIROS 4 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 und TIROS 5 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 und TIROS